Herr Lafer, was verbinden Sie mit Osram? Ich glaube, solange ich bewusst denken kann, habe ich natürlich angefangen von der Glühbirne, ich glaube bis zu einer kleinen Taschenlampe als Kind, alles schon mal besessen bzw. benutzt. Das ist etwas, was bei mir zumindest zum normalen Leben gehört. Und wie gefällt Ihnen unser Stand? Großartig, gerade das, was ich jetzt hinter mir sehe. Also für jemanden, der in der Küche immer angewiesen auf gute Lebensmittel, so wie hier und möglicherweise auch dann die Chance hat, das selbst zu produzieren in einem kleinen Raum, nachhaltig, geschmacklich intensiv und überzeugend, das hat mich sehr beeindruckt. Also ich wusste nicht bis heute, dass Osram das machen kann. Haben Sie auch ein Highlight-Produkt und wenn ja, welches ist das? Ja, also zum nächsten Mal ist es natürlich speziell jetzt für mich das, was ich hier im Hintergrund sehe, nämlich das Züchten von Gemüse oder Kräutern oder Salat, weil ich natürlich weiß, dass irgendwann natürlich die Fläche dieser Welt nicht mehr ausreichen wird, um Menschen mit Produkten zu ernähren, die von der Natur alleine kommen. Und wenn man dann solche Themen entwickelt, wo auch die Qualität und die Nachhaltigkeit stimmt, dann muss ich sagen, ist das wirklich sehr, sehr fortschrittlich und ich kann nur gratulieren dazu, dass das Spaß bei Osram gibt. Musik 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 Musik